aber sie halten trotzdem und ich verstehe nicht wieso ich glaube wir sind abgeschreift geldgeilheit ja ich merke schon ja wenn du so überlegst koma playstation verlangt schon seit einiger zeit geld ich meine die haben auch ziemlich alle server ich bock macht es genau so und jetzt hat sich auch einfach mal gedacht wir können auch aus unseren leuten jetzt mal etwas geld ausruhen ja der unterschied ist playstation und xbox haben sich gedanken gemacht wie man das den leuten schmackhaft macht genau und nintendo nicht ich meine bei playstation xbox kriegst du tonnenweise super games hier auch sogar erst seit einem jahr rausgekommen sind weil die kostenlos so was kriegt von nintendo gegen sich hier wieder ich war diesen games könnte ich sogar auf meinem samsung galaxy s3 in sekunden zum laufen bringen und spielen was bringt wieder noch 20 euro mehr dafür zu zahlen ja deswegen hat nintendo ja die ganzen seiten da versuchte unterzunehmen aber das ist halt einfach auch dumm die sollen einfach vernünftigen service machen und von mir aus sollte die nes spiele da anbieten finde ich gut aber sie sollen noch mehr anbieten oder was er was er letztes gesehen hatte sonst person zwei gezeichen diese beiträge irgendwie diese zeichnungen auf jeden fall dazu gesagt ipad 20 bucks and no better servers er ist halt einfach so was hätte er sich auch eigentlich noch denken können ich meine was würde passieren würde auf einmal eine bessere server kommt man muss man muss erst mal zahlen und erst nach einiger zeit kriegt man die vielleicht die besseren zu arbeiten denn du kannst ich hier ja im grunde leisten diesen momentan mehr oder weniger hype und daher ja keine ahnung hat nicht gefallen auch das klauselig ich meine ok klauseligen muss ja nicht selbstverständlich sein wie schon gesagt aber ich meine immerhin kann ich halt eben jetzt meine ganzen 150 stunden die no blades schützen so ziemlich würde für mich nur ehrlich gesagt einen einzigen grund geben weswegen ich mir diese jahres online holen würde und es wäre smash das ist das stimmt auch ohne spaß am ende des jahres werde ich mir welchen smash und noch so ein karte holen einfach weil online ich werde es mir auch am ende des jahres holen weil ich werde also am anfang protestiere ich halt aber ich werde doch irgendwann abends uns betonen und so noch mal spielen ja aber ich weiß es ist nicht schlecht guter natürlich sieht hat ihm so wie ein spiel aus hat man eben in den ersten paar stunden lust aber erst aber dann hast du eine reinige zeit verliert man ihm die lust keine ahnung das ist halt einfach wenn du ein bisschen das länger spielst und besser dann wirst dann ist es halt auch mehr spaß weil du auch öfters gewinnst du es ist halt einfach doch ist halt alles wie cisco auf jeden fall ja also kurz gesagt mein fazit deshalb ist es scheiße aber aber ich sehe dass der besser werden kann also man wird halt schon ich glaube ich hoffe zumindest dieses geld was sie bekommen dafür investieren werden dass ihr die service verbessern und wenn man sich tatsächlich dazu hier hinaufrappeln sollte sich zu holen dann würde ich die fernließe also dass man da für bis 8 account 35 euro zeit also ähnlich wie bei spotify man könnte sich zu acht freunde holen und das dann aufteilen vor allem freunde holen naja ja ich würde sagen ich denke hatte jemand noch irgendwas zu sagen ja nein da ist ein strahlungsgeladen okay gut dann würde ich sagen was das hier das war hier das ist mehr der weg das erste min cast keine ahnung wie das in welche richtung das gehen würde ich weiß nur zu der eben die grüße hochgeladen werden und dann und vielleicht auch dies kanal in der film dafür ist zu scheiße das war jetzt einfach richtig fünf minuten hingeschissen das war jetzt das war jetzt